moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch ein auto mapglitch zeigen hier auf der neuen map verlassener und zwar würde ich euch empfehlen holt euch die wunderwaffe dabei das wird euch auf jeden fall sehr viel helfen bei dem glitch und am besten eine selbstwiederbelebung oder grabstein perk falls ihr daumen geht solltet wie bei mir ihr stellt euch hier in diese ecke drückt die ducken und aufstehen taste die ganze zeit und diese abscheulichkeit muss euch mit seiner ram attacke dann dadurch hauen also leute du können aufstehen du können aufstehen ich gehe jetzt hier daumen weil hier zu viele zombies sind aber ich habe es noch nach hinten geschafft also wenn ihr den glitch macht leute macht das am besten ohne den roten knopf gedrückt zu haben weil sonst von diese kristalle und wenn die kristalle da sind spawnen auch zombies dann könnt ihr die zombies hier spawnen wenn ihr ein bisschen weiter nach hinten geht dann versammeln sich die zombies über euch und ich zeige euch jetzt noch einen anderen spot den ich persönlich besser finde und zwar hier links neben der treppe leute wenn ihr euch hier vorstellt dann treffen euch die zombies aber wenn ihr so ein bisschen weiter zurück geht dann klettern die über euch und ihr könnt die ganz easy mit der achse töten so das war es dann mit dem glitch leute und falls ihr hier raus solltet müsst ihr einfach den etage schleier benutzen und ihr seid wieder draußen falls euch das video gefallen hat was doch ein like da schreibt mir die kommentare und für allen die die noch kein abo bei mir am kinders an dieser stelle gerne ändern ansonsten und bis zum nächsten mal